Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was ist das für ein Ort? Das muss hunderte Jahre alt sein. Es ist eine Legende. Der Müller verkauft seine Seele an den Teufel. Dafür sollen seine Mühlenflügel niemals stillstehen. Also sind wir alle verdammt zu sterben. Diese Mühle kann es nicht sein, oder? Wieso nicht? Das hier ist nicht die Helle. Das ist Holland. Das hier ist ein Ort.